Was ist das los? Wie fange ich denn das Video wieder an? Also ich war jetzt ja bestimmt zwei Jahre, habe ich ja nichts mehr gemacht. Wie soll ich denn wieder anfangen? Kann ich einfach wieder so random einfach so... Machen wir das so einen Einflieger, so kannst du so ein Standpad einfügen, so keine Ahnung, wo irgendwie so ein Züge drauf ist, so ein Stricklemmenschen mehr sehen und dann ein Mail-Store dazu. Was? Was? Ja, bevor das Video anfängt, machst du halt einfach so ein Bild oder so, so ein Standbild von einem Typen, einfach ein Stricklemmenschen oder sowas, der so dicht darstellen soll. Und dann sagst du so, ja, moin Leute, ich bin's, euer Schnitzelbracher. Ich habe hier ein kleines Video-Folge gesagt, ich lebe noch. Grüße den Haus, vielleicht kommt auf den Kanal in Zukunft noch etwas. Kostet auf die Nuss. Lass mir ein Abo da, ein Like, schreibt 15.000 Kommentare, damit wir in den Tens landen, was wir können schaffen. In zwei Jahren machen wir die 15 Millionen voll und überholen KSI, eiskalt. Jungs, ich zwitzel einfach da um. Und dann wirst du einen schon mal sehen. Digga, weißt du was? Ich nehme das einfach als Video an, fang dich auf. Ich bin auch noch. Ja, perfekt, Digga. Wollte ja gar kein Intro mehr machen, Alter. Ich weiß schon nicht, was ich gesagt habe, aber ich bin auch noch im Fall. Aber zwar, nicht. Torpedos voraus! Torpedos direkt voraus! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versinkt! Wir haben einen gegnerischen Schlachtschiff versinkt! Wir haben einen gegnerischen Schlachtschiff versinkt! Gehen! Unser Team verlässt sich auf Sie. Feueralarm. Problem gelöst. - .. - Feueralarm. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Katapultjäger in der Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Bestätige. Gegnerische Schlachtschiff zerstört.